Lass uns jetzt das Brücken bauen üben. Nummer 6. Die Menschen hatten hier traurige Ergebnisse, vor allem, weil man mit Tränen keine Brücken bauen kann. Ja, ja. Nicht? Schön. Komisch, verstehe ich gar nicht. Hm. Okay, wir müssen die Turrets abschneiden. Ja, falsches Portal. Genau. Jetzt müssen wir nur noch selber irgendwo da kommen. Ja, ja, das frage ich mich auch gerade. Ich muss irgendwie an dem... Achso, warte. Kann man da drüben überhaupt eins schießen? Ah ja, doch, doch. Warte, so. Tja, die guten Turrets. Könnt ihr mich nicht treffen? Könnt ihr mich nicht treffen? Könnt ihr mich nicht treffen? Guck, guck. I'm different. I'm different. Geh mal weiter. Ich glaube, Jack fordert, ist er raus. Natürlich. Oder soll ich Atlas sagen? Nein, nein, nein. Ah. Verdammt. Ach, du Heilige. Okay, jetzt, äh, warte. Hast du, hast du noch? Hast du? Ich muss nur sehen, welches Portal. Das rot, äh. Ja, rot. Okay. Dann schieß das mal hier hin. Ja. So. Richtig. Gute Nacht. Ohohohohohoho. Das war schon knapp. Das war knapp. So. Naja. Behände, sehr behände sind wir unterwegs. okay und nun da oben ich bin doch mal freudig warte ich will auch noch mal so willst du mich in die luft jagen hast du schon kann es mir nicht drohen ich komme in frieden hast du das gehört hast du das gehört der hat mich idiot genannt okay da oben rechts immer mein ja soviel dazu ich dachte du fällst runter okay jetzt dachte ich war runter so warte okay wir müssen die tour jetzt wieder ab denken die frage ist bloß wie warte mal ich bringe uns mal kurz höher ja bitte uns aber keinen großen vorteil wo kann ich denn hier ein portal hinsetzen wahrscheinlich auf der anderen seite würde ich mal behaupten die frage ist nur wenn wir da rüber kommen sollen gute frage so warte mal ich glaube du musst dein hier irgendwo an die wand schießen dass wir da durchlaufen können nee 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 durchgucken warte mal andere möglichkeit sehe ich nämlich gar nicht wunderschön aber hier komme ich aber nicht durch warte mal kann ich das noch mal ein bisschen naja das ist gefährlich warte nein ich bin okay mittlerweile stehe ich gar nicht auf der anderen seite kommen wir warte mal bist du noch drauf wo bist du ah ja oh gott ich bin gerade unter lassen jetzt stehe ich lass mich mal bitte um probieren ja warte ach komm schon das gibt es doch nicht ne ich glaube da komme ich ohne weiteres nicht drüber die ausführung ist mangelhaft okay ich stehe jetzt in seinem kleinen räumchen hier drin und die können mich treffen von hittels ich glaube ja alles versetzen nee also warte mal okay ich weiß ja ja wir weiter kommen wir sollten aber anders vorgehen wir müssen gucken wie wir die tools da blockiert kriegt warte mal kannst du dein band jetzt das komische kombinierte hier vorne hinschießen welches nach vorne die wand hier vorne das kombinierte mit beiden ne nur eins okay dann schießen wir das rote auf die andere seite welche seite also macht das noch mal weg was das noch mal weg ja warte ja jetzt müssen wir beide auf die andere seite rennen dass sie uns treffen können dann musst du das hinter und schnell platzieren also gleich schnell hier platzieren wenn wir weg sind also jetzt 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 hier okay gut das andere hier unten das rote das rote ist weg das rote warte 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 ganz ruhig ich hab doch nichts gemacht das war doch dein total wir müssen aber noch an den klopf er ist aber nicht so schuld glaube ich warte mal ja sagt los warte mal komme ich da irgendwie verdammt dran dass das war dumm okay ach warte da ist das ding was heißt der dumm das war gewollt gewollt gekommen weiß dass ich mir viel mehr frage wie kommen wir jetzt durch die tür lauf hat diesen test bewältigt doch gott warte warte nee so disco ich tanze ich tanze gerade ich wollte mittanzen das sieht total super aus okay wir gehen mal weiter ja mensch haben wir doch haben wir doch formidabel gelöst jack ja würde ich mal auch so sein so wie lange sind wir eigentlich gerade dabei mal kurz kicken zwei stunden oh ja ja ungefähr bei mir schon ein bisschen länger aber das liegt daran dass ich schon eher aufgenommen habe richtig falls ihr euch über den nummer 7 wundert so riecht menschliche angst können wir ja können können wir überhaupt riechen weiß nicht eine weitere toilet war ja okay ja du darfst machen du darfst check du da ist auf welche höhe ich glaube das ist nicht günstig für mich würde ich nicht aber für mich guck guck ok hat funktioniert hier nach oben irgendwie kurzzeitig krass laut ja das tut mir leid ich glaube du musst das hier vorne rüber setzen dass wir da hoch kommen ja warte warte jetzt mal hier im portal und da im portal hatte ich jetzt gelandet dass das war mir klar warte warte ich bin noch drüben jetzt du solltest das eigentlich nur hier vorne an die wand setzen und ich bin explodiert ach da willst du aber ich werde dann ja war mir klar war mir klar du musst aber dann deinen schild noch legen da hinsetzen und genau da musste hier aber du musst dann sein schild durchgehen ja ja ich weiß warte noch kurz nein nein wenn wir den jetzt nicht runter reißen ich habe keine ahnung kannst du mich noch mal nach oben holen warte warte egal 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 lebe lebe ok du willst den turret irgendwie warte du musst das portal da vorne setzen und hier hinter das schild ach so ja warte mal kann ich das einfach dadurch schießen ja ok wer springt durch warte ich bin so lebensmude das sah schön aus schön ok wir gehen weiter ein sprung dann freuen wir uns wenigstens mal jawoll schon wieder gewonnen revanche an die warte falscher schere stein papier warte wo ist wo ist wo ist wo ist wo ist das ist hallo ja nicht ganz wo ist ein schwere stein papier du denkst hä 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 schwere stein papier sehe ich gar nicht bei mir kommt das erst wieder noch nicht komisch ich habe immer alle egal was machst du alle was ist denn unten rechts bei mir ist es ganz recht unten rechts habe ich nichts ach ja ok so viel dazu ich sag erst also alle unten links und unten rechts habe ich keinen aber ich habe jetzt 1 2 3 4 5 6 zur auswahl naja ich habe 5 das ist schön komisch ups Entschuldigung warte ich schröne kurz das band ja ja ich wollte hier nochmal rumprobieren nee kann ich mal vorbei bitte ja ja da hinten können wir ein portal setzen ach ne die ganzen Turrets wieder dann müssen die da irgendwie runter warte mal können wir die da runterschießen ne alter ich habe das mitten durch die Tür durchgesetzt ich sehe es mitten durch ja der müsste eigentlich halbiert sein habe ich das Gefühl eigentlich ich würde da mal weg gehen kann ich nochmal ja was macht dieser Knopf ist grad die Frage warte mal ich gehe nochmal weg kannst du nochmal runter gehen ah aber nur schnell da oben eine Plattform wird ausgefahren da oben äh wo da ok ich habe nur keine Ahnung wie wir hier weiter kommen sollen um ehrlich zu sein das ist echt diesmal kompliziert warte warte also wenn ich hier stehe dann kannst du ein portal da drauf schießen aber was genau ja das Problem ist dann würde ähm ich glaube du musst das da hinschießen genau geh da einfach mal durch also ich könnte einen der Turrets mitnehmen fahrer hoch echt kann ich den umreißen kann ich den ne ah ich stehe jetzt hinter den Turrets drück mal auf den Knopf ja ja das hatte hatte ich mir eigentlich auch schon gedacht ja ich glaube das wird schwierig ich sehe was du vor hast aber ich klaue nein da kommst du nicht weit schaade ja nicht ganz ok hier gibt es einen Grill der zum Ausgang führt und hinter dir ein Knopf oh scheiße oh 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 lebt noch irgendwer hallo lebt noch irgendwer das war das war toll ok nochmal das gleiche Spiel Jack ja genau dann warte warte ich geh auf den Knopf kannst du gerade mal deine Lichtschranke etwas weiter unten setzen ja die da richtig perfekt aber hoch 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 sag mir das doch nach halbem Ewigkeit die sag doch hoch auch ja aber zu spät ja mach' ja Mensch zu spät das ist bestimmt nur die verzögerung Nö, nö. Man kann auf dem Kopf stehen, auf jeden Fall ohne angeschossen zu werden. Na, egal. Lass mich durch. So viel dazu. Du musst die Lichtschranke trotzdem nochmal nach unten setzen. Äh, wieso? Weil da kein Portal mehr ist. Weil diese Plattform wieder nach oben gefahren ist. Kannst du nicht springen? Ah, ich kann da durchansetzen. Ja, ja, vergiss es. Geh durch. Das haben wir doch vorhin schon festgestellt. Ja, mein Kurzzeitgedächtnis ist wieder vorbei. Was passiert jetzt? Ah ja, ich sehe es. Okay, hier fallen die Bälle durch. Das heißt, die musst du wahrscheinlich dann manövrieren. Weiß nur nicht wohin. Ja. Ach, warte mal. Kannst du hier im Portal hinsetzen? Kann ich. Jetzt frage ich mir nur, welches. Äh, irgendeins. Du musst hier als hinsetzen und hier mal. Ja. Ups. Ja. Beziehungsweise setz das mal hier kurz hin. Das rote. Ach, das rote. Na, oder so rum. Ja, egal jetzt. Ist eigentlich, warte mal. Ja. Funktioniert das? Ich will ja erstmal sehen, wo die hin... Ach, Gott sei Dank. So, das hat's für mich vor. Ach, sehr schön. Und jetzt das Gelbe einmal hier vorne hinsetzen, damit wir die anderen beiden runterkriegen. Ja. Warte. Ach, warte, da kann ich nicht direkt durchschießen. Ich muss weiter nach drüben. Hier hin. Ja, genau. Das dürfte eigentlich reichen. Ja. Ach, der eine. Der eine noch. Bisschen zu tief. Ja. Etwas höher. Einmal hier. Das dürfte dann hoffentlich adäquat sein. Ja. Komm schon, komm schon. Ah, ja. Sehr schön. Sehr schön. Gut, dann... Und eigentlich müssten wir jetzt beide hier rüberkommen können. Indem ich... Achso, kann ich... Nee, lass mich mal überlegen. Jetzt hier. Fall ich dann ins Nichts? Ja. Irgendwie musst du hier auch irgendwo durchspringen, oder... Ja, ja, ich beobachte dich gerade. Da fall ich auch runter. Nee. Hier sind ja sonst keine Lichtbänder mehr oder sowas. Zumindest keine Geraden. Hm. Gute Frage. Ja, über die werde ich nicht laufen können. Und das hier bleibt ja nur... Ach, warte, warte, warte. Nee, das wird versteckt, das wird versteckt. Kannst du... Ja, ja, aber kannst du mir einen Cube irgendwie bringen? Kannst du nochmal auf den Knopf drücken und mir einen Cube bringen? Wenn ich da mal ein Portal einsetzen würde. Warte mal, nee, warte mal. Lass das mal. Vielleicht kann ich die auffangen. Ach, du willst die direkt auffangen? Ja. Ja, ich gucke mal einfach, ob es funktioniert. Ansonsten, ähm... Geht das? Nein, das ging nicht. Ich bräuchte eben nur den Cube, ne? Ja, ja, ich weiß. Warte, dann... Gucke ich mal, ob ich die kriege jetzt. Achtung, Achtung. Wowo. Nein. Etwas rasant. Vielleicht ein bisschen tiefer oder sowas, dann komme ich da eher dran. Okay, tiefer. Alter, ich kriege die Dinger nicht. Krieg die mal noch tiefer. Ich gehe mal auf deine Ansicht. Dann sehe ich das besser. Hoch. Ich weiß nicht, andere Möglichkeiten hier rüber. Ach, wir sind ja auch blöd. Ja. Setz mal das Gelbe, wenn du auf dem Ding stehst, nach oben. Ach so. Ja, natürlich. Minimal blöd, würde ich behaupten. Ja, 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 ja. Kann passieren. Kann passieren. Ich nenne den Cube. Ups. Ups. Na, Kollege. So, jetzt. Och, na, endlich. Und da wären wir auch schon. Gut. Glückwunsch. Hätte ich diese Tests reparieren können, wird ihr mit Sicherheit gescheitert. Also nochmals Glückwunsch zur Bewältigung der defekten, primitiven Tests. Wieso kann ich kein Steinscherepapier spielen? Das war kein Steinscherepapier. Ich weiß. Du hast mir wieder den Kopf geklaut. Ich hab dir den Kopf abgerissen. Ich hab keine Ahnung. Aber ich hab kein Steinscherepapier. Ja. Gratiert. Natürlich. Ich will mich immer selber sehen. Okay. Die Montage. Ich glaube, wir sind gleich schon in der letzten Testkammer für diese Runde. Das ist möglich, ja. Sogar der Aufbau. Sehr schön. Ja, Atlas. Mhm, mhm, mhm. Höchst interessant. Wow. Oh, schau wieder. Ja. Natürlich. Sag mal, hier sind doch gar keine Menschen mehr. Hier sind doch gar keine Menschen mehr. Sowieso nicht. Da steht aber vorhin schon, don't upload, äh, beziehungsweise do not upload. Ja. Vermutlich aus gutem Grund, würde ich behaupten. Oh ja, ich habe da ein ungutes, ja, Gefühl. Ich gehe mal davon aus, Geländers sucht etwas. Wir haben hier einen Laser. Und wir haben eine Tür, die vermutlich aufgeht oder auch nicht. Wir brauchen also schon mal einen Cube und diesen... Warte mal, ich kann ja das Bällchen hier abfangen und kann... Ne, nach oben kann ich das nicht geben. Soll ich in den Cube rein, aber das geht nicht. Geht das nicht? Doch. Geh doch. Ey, wieso... Ich glaube, hier sollte man nicht... Ich glaube, hier sollte man nicht rein, oder? Ne. Sieht nicht richtig aus. Ne, ich glaube auch nicht, aber egal. Geh nochmal lieber zurück. Ey. Warum? Ey. Glitches ausnutzen. Okay, warte. Ah, ja. Aber... Musst du mir durchreiten. Achtung, Achtung. Nicht wundervollen, nicht wundervollen. Oh, komm. Was, was? So, okay, jetzt. Hast du ihn? Ja. Und jetzt? Keine Ahnung. Ja, da rein. Achso, die Tür geht auf. Warte mal. Ja. Ich habe ihn da reingemacht. Okay, ja. Den Laser unterbrochen. Will ich mal hoffen. Oh, guck mal, da fliegt gar nicht. Vielleicht fliegt gleich alles in die Luft. Okay, overwhite. Okay, hier müssen wir wieder was reinstecken. Würde mich hier nicht wundern, Jack. Würde mich hier nicht wundern. Habe ich schon zweimal erlebt im Portal. Ja, ja. Da muss noch einer rein. Die Tür, ja. Einmal am Ende von Portal 1 und einmal von Portal 2. Online. Aber mir haben immer die Lieder gefallen am Ende. Ja, stimmt. Still alive und bei Portal 2. Ja, ja. Aber ich fand beide schön. Ähm, was kann ich hier ein- und ausstellen? Beziehungsweise an... Achso. Also, ich würde gerne das Bällchen hier irgendwie abfangen. Ja, warte. Und da oben können wir Portale hinschießen. Wo willst du es abfangen? Da oben? Ja, aber ich werde das hier... Ja, ja, genau. Aber... Oh, warte mal. Du musst das hier vorne dann... Nee, das geht nicht. So, welches Portal? Äh, wir müssen... Der kommt hier vorne gegen jetzt. Achso, ja. Dann muss ich aber erstmal durch hier. Warte mal. Das Problem ist, dass du dann... Warte mal, warte mal. Ja, er kommt hier durch. Jetzt an die Decke. Dann an die Decke hier oben. Und dann an die Decke. Ja. Warte mal. Der nächste müsste jetzt eigentlich zu dir dann kommen. Nein, tut er nicht. Ja, mach nochmal. Mach nochmal. Also... Der kommt von der Leitung. Ja, ja. Warten. Deswegen. Der wird abgefallen, aber... Der fällt dann eben hier ins Nichts. Das ist die Sache. Check. Woanders können wir den auch nicht... Okay, vor allem müssen wir den hier auch irgendwie rüberkriegen. Ähm... Ja, ja. Die Sache ist die, wenn ich den hier abfange, dann komme ich ja hier nicht durch. Ja, ja, klar. Warte mal. Aber nee, ich kann... Aber der prallt doch hier ab. Das muss... Was damit... Kannst du den da vielleicht einsammeln, wenn der dagegen prallt? Habe ich schon probiert. Warte. Noch mal sehen. Ich glaube, nein. Ich kann aber hier... Ich kann da oben... Ja, das haben wir eben schon entdeckt. Ja, eben. Das ist... Viel mehr Wände sehe ich nämlich nicht. Ähm... Na, hier wäre ich auch ein... Da wäre auch noch eine, Jack. Hier. Ach, genau. Hier wäre noch eine. Aber da kannst du ja nicht hin. Kann ich leider nicht hin, ja. Richtig. Wobei, ich habe vielleicht eine Idee. Ich frage, ob es so funktioniert. Die Frage ist, wo der Ball weiter hin fliegt. Warte mal. Wenn ich jetzt mein Portal da hinschießen würde, was passiert dann? Oh ja. Das ist gut. Warte. Du. Ich muss erst wahrscheinlich den Ball da oben abfangen. Ach, weil der hier nicht mehr. Naja, weil der da nicht mehr abgefangen wird, genau. Aufpassen. Kommt der hier nochmal noch durch? Hallo, Bällchen? Hier. Jetzt. Okay, jetzt durch meins durch. Und dann rollt er hier runter. Oh. Perfekt. Ich habe es verpennt aber. Doch, doch. Hinter dir, hinter dir. Ach so, hinter mir lege ich ja noch. Okay, gut. Na gut, dann. Okay, jetzt bloß aufpassen. Ups, jetzt ist der mir runtergefallen. Ja, ja, ja. Ups, Allah. Shit happens. CD, 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 CD. Hey. Ja, ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Erstmal müssen wir die Tür aufmachen. Na, ich will nicht. Äh, zeitgleich. Jetzt. Yay. Exit. War doch klar. Bridge. Bridge. Quality Control. Gut gemacht, Jack. Ist da oben die Decke? Ja. Hm. Sieht ja schon mal alles sehr... Formidabel aus, aber ich wüsste nicht. Moment, lass mich nochmal sehen. Hier kann man noch einsetzen. Okay, ich bin erstmal runtergefallen. Wir müssen doch einfach nur zum Exit, oder? Keine Gegenstände einsammeln. Ja, dann gehe ich mal von aus. Ja, ja. Ja, dann gucken wir mal. Ich gehe mal hier durch. Hm, wir müssen hier höher. Kannst du das mal hier oben setzen? Äh, wo oben? Hier. Ja, aber ich weiß nicht, inwieweit das uns weiter... Ja, ja, aber einfach mal gucken. Äh, falsche Taste. Wir zoomen auf den Controller, ist das ein bisschen schwierig. Ja. Ach, warte mal, wir können... Sieht auch nicht ganz richtig aus. Nee, ist es wahrscheinlich auch nicht. Ja. Wir müssen wahrscheinlich zwei Wände haben, die gegeneinander zeigen. Dass du das Portal dann weiter... Oh, ja. Ja, 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 ja. Okay. Das heißt, da schieben wir wieder gerade mal. Wir müssen das wahrscheinlich irgendwo krümmen und dann wieder zurückkrümmen. Oder so. Dass wir hier die Krümmung raus haben. Wenn du das jetzt nochmal hier setzt... Ja, warte. Einfach mal probieren. Wie weit wir hier kommen. Da wird es... Okay, da bleibt es direkt hängen, leider. Da gab es aber... Das ist vorhin weitergegangen. Hier drüben wir auch noch was. Warte, da vorne... Jetzt habe ich es doch da rüber. Oder? Nee, da nicht. Aber hier oben. Ach so, ja. Ich habe es jetzt aber da rüber. Dann kann ich es hier setzen. Und dann nochmal... Gute Frage. Ich kann es jetzt nochmal setzen. Ich weiß nicht, was es bringt gerade. Ich kann es hier oben setzen. Sieht alles wunderschön aus. Hier haben wir das gleiche Problem. Das sieht schon echt super aus. Ich gehe mal kurz durch. Wollte gerade sagen. Vielleicht da oben. Wobei ich nicht weiß... Ah ja. Nee, das sieht nicht richtig aus, Jack. Aber ich komme hier durch. Ja, habe ich mir beinahe gedacht, aber... Ja, ja, beinahe. Also... Dezent. Ich habe es vermutet. Warte mal, warte mal, warte mal. Aber, aber, aber... Wir müssen wahrscheinlich erst da oben hin, oder? Ich sehe mich erst mal um. Also hier ist der... Ach so, ich glaube... Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, warte mal. Ich gehe auf sicheren Untergrund. Ja, also du kannst das Portal auflösen. Ich bin dir sicher. Okay, ich... Weiß nur gerade... Warte mal, wenn ich das jetzt nämlich hier oben hinsetze... Ja, ich beobachte da eine Sicht. Ach, ich finde das super. Gefällt mir echt. Ich liebe dir, aber egal. Ja, ja, trotzdem... Kann ich mich nochmal selber beobachten. Was ist das hier vorne? Ist das eine weiße Wand, oder ist das nur irgendwie... Nein, leider nicht. Okay. Hm. Wie zur Hölle? Ach, Herr Jemini. Okay, wir sind schön blöd. Ja. Wir sind so schön blöd. Da unten sind noch welche, ne? Nein, warte mal. Ich sterbe. Ne, ich lebe noch. Nein. Ach, wir müssen wieder Schwung aufbauen. Sieh. Ach, Mann. Mensch, darauf hätte man auch recht früher kommen können. Immer wieder. Das gleiche Problem fand ich auch im Portal. Und wahrscheinlich du bei 2 und ich bei 1 oder sowas, dass wir da zeitgleich das dann umsetzen müssen. Ja. Okay, warte mal. Vermut ist jetzt einfach... Hier ist die 2 und hier ist die 1. Genau, dann kann ich hier bei der 2 setzen und du nimmst die 1. Okay. Okidoki. Sobald ich 1 meiner Portale umsetze, fallen wir nach unten. Ja. Also ich stehe jetzt parat, nur du musst dann eben dein Portal richtig setzen. Okay, warte, dann ähm... Wobei ich mich jetzt gerade frage, kannst du die beiden... Hast du die 1 richtig gesetzt? Ja, ja, meins ist richtig. Okay, warte, dann los. Ich frage mich nur, kriegst du da schnell genug hin? Ja. Ja, wir sind sogar gegeneinander geprallt. Perfekt. Oh. Ansonsten sind wir auch rüber geflogen. No. Ich glaube, wir haben... Haben wir eine neue Geste gekriegt? Ja, haben wir. Umarmen. Oh. Lass dich mal knuddeln. Schön. Oh. Gefühle, Jack. Gefühle. Emotionen. Schlimm, schlimm, schlimm. So, ich habe schon wieder die Disc gefunden. Pass mal auf. Schmottsching. To do, Human Verification System. Remember, she is watching, ja. Ja. Also, schon wieder sie. Gladys. Gladys, ich glaube auch. Also, sie beobachtet das. Caroline. Das sind nur Sicherheitsdateien, die sind total unwichtig. Naja, nö, gar kein Problem. Insert Disc. In Kürze wird das Wort Blah fortlaufend wiederholt. Wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von Blah hört, ignoriert es. Dies ist ganz und gar unwichtig. Der heutige Sicherheitscode lautet 5, 33, 49, 80. Gemerkt, Jack? Gemerkt? Nö, eigentlich nicht. Aber okay.